Uli Johanesen ist ein fölscher Fußballspieler, der für TB Tvorei spielt und ehemals Rekordspieler der fölschischen Nationalmannschaft war. Vereine Johanesen startete seine Karriere für TB Tvorei und bestritt 1988 sein erstes Spiel am 13. Spieltag der 1. Liga im Heimspiel gegen B36, Torshaven, welches 1 zu 0 gewonnen werden konnte. Johanesen spielte von Beginn an und wurde in der 70. Minute gegen Asmund Nolse ausgewechselt. Es blieb sein einziges Pflichtspiel in dieser Saison, welcher auf dem vorletzten Platz abgeschlossen wurde und somit den Abstieg zur Folge hatte. 1990 kehrte TB zurück in die 1. Liga und belegte schlussendlich den 8. Platz, wobei Johanesen in der zweiten Saison Hälfte zu den Stammspielern gehörte. In der zweiten Pokalrunde 1991 spielte Johanesen von Beginn an gegen Yves Stremur, das Spiel konnte mit 2 zu 1 gewonnen werden. Sein erstes Liga-Tor schoss er am vierten Spieltag derselben Saison beim 3 zu 1-Auswärts-Sieg gegen Essi Sumba zur 2 zu 1-Führung. 1996 wechselte Johanesen zum Liga-Konkurrenten B36-Torshaven. Gemeinsam mit Jakob Haborg, Jens Christian Hansen, Thomas Eli Hansen, Julian Johnson und John Petersen wurde er im Jahr darauf Völscher Meister. Danach wechselte er wieder zurück zu TB Thuorei. In der obersten Spielklasse wurde jedoch nur der letzte Platz belegt, sodass Johanesen 1999 erstmals in der zweiten Liga spielte. Im Laufe der Saison wechselte er in die dänische Superliga zu Ahus-GF. Sein Debüt gab er am dritten Spieltag gegen Viborg FF. Er wurde in der 81. Minute beim Stand von 1 zu 0 für Thomas Ingi Thomasson eingewechselt. Das Spiel endete 1 zu 1. Nach wenigen Monaten kehrte er für zwei Monate wieder zu TB zurück. In der zweiten Jahreshälfte 2000 trat er daraufhin wieder für Ahus-GF an. Anfang 2001 unterschrieb Johann Esen einen Vertrag beim dänischen Zweitligisten Havidovre If. Nach Ende der Saison 2001-02 lief er für fünf Monate wieder TB Thuorei auf und kehrte danach zu Havidovre zurück. Hierbei verpasste er mit dem Verein auf dem 14. Platz liegend den Klassenerhalt um einen Punkt, woraufhin er wieder fest für TB in der zweiten Liga spielte. In der Saison 2003 nahm er als Zweitplatzierter an den Aufstiegsspielen zur ersten Liga teil. Nach einem 1 zu 1 im Hinspiel gegen Scala If ging das Rückspiel mit 0 zu 7 verloren, womit TB in der zweiten Liga verblieb. Im Folgejahr wurde als Tabellenerster der direkte Aufstieg in die höchste Spielklasse erreicht. In der ersten Liga wurden die Relegationsspiele um einen Punkt verpasst, woraufhin als Letztplatzierter der sofortige Abstieg folgte. Die nächsten drei Jahre wurde in der zweiten Liga jeweils der vierte Platz belegt, 2008 beendete er schließlich seine Karriere. 2010 gab Johann Esen jedoch ein Comeback für TB und spielte bis einschließlich 2011 sporadisch für die zweite und erste Mannschaft. Nach dem Aufstieg der ersten Mannschaft in die erste Liga wurde er dort 2012 Stammspieler und sicherte somit auch den Klassenerhalt. Der hingegen in der nächsten Saison als Vorletzter nicht erreicht werden konnte. Nach dem Wiederaufstieg der ersten Mannschaft spielte Johann Esen 2015 ausschließlich für die zweite Mannschaft in der 2. Da hielt. Trotz seiner langen Karriere kam Johann Esen im Europapokal bisher nur auf vier Einsätze im UE-Cup. Diese Partien absolvierte er allesamt 1997 für B36 Torshafen. Sein erstes Spiel war die 0 zu 5 Heimniederlage gegen KLC Genk. Sein letztes die 2 zu 4 Auswärtsniederlage gegen Panachäki. Nationalmannschaft. Johann Esen absolvierte als ehemaliger Rekordnationalspieler sein erstes Länderspiel für die Föhrische Mannschaft gemeinsam mit den weiteren Debutanten Uni-Age John Johann Esen und Jakob Eli Olsen am 5. August 1992 in Toftir beim Freundschaftsspiel gegen Israel, welches 1 zu 1 ausging. Nur einen Tag später absolvierte er in Torshafen sein einziges Spiel für das Föhrische U21-Team ebenfalls gegen Israel, wobei Johann Esen in der 77. Minute gegen Soren Petersen ausgewechselt wurde. Sein einziges Tor in 83 Alländerspielen erzielte er am 25. April 1993 im Freundschaftsspiel gegen Estland in Pühla zum 1 zu 1 Ausgleich. Das Spiel endete 2 zu 2. Das letzte Spiel absolvierte er am 6. Juni 2007 im IM-Qualifikationsspiel gegen Schottland, welches in Toftir mit 0 zu 2 verloren wurde. Johann Esen wurde dabei in der 36. Minute gegen Mani Juhus ausgewechselt. 2015 wurde er von Frotti Benjaminsen als Rekordnationalspieler abgelöst. Erfolge 1 Mal Föhrischer Meister 2 Mal Föhrischer Meister